Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit dem Titel die Ambitionen des Nachwuchs. Wir wollen uns also mit der grundlegenden Frage auseinandersetzen, was dem Nachwuchs besonders wichtig ist von ihren jeweiligen Arbeitgebern respektive im Job. Dafür habe ich natürlich verschiedene Punkte vorbereitet heute, die wir durchgehen wollen gleich. Falls du weitere Punkte haben solltest, die dir ganz besonders wichtig sein sollten, schreib die gerne in die Kommentare, dann können wir die noch ergänzen. Und ansonsten starten wir mit dem ersten Punkt und zwar dem Thema der Perspektive. Nachwuchskräfte, die gerade den Weg der Steuerberater oder zum Steuerberater diesen Weg einschlagen wollen, die wollen beim Arbeitgeber eine gewisse Perspektive sehen. Das heißt, du willst den Titel ja nicht nur so machen, sondern du willst dann entsprechend auch die Tätigkeit so ausüben können. Das heißt, egal ob im Angestelltenverhältnis, vielleicht eine Partnerschaft, die du anstrebst und weitere Faktoren, die da natürlich eine Rolle spielen, beispielsweise der Aufgabenbereich, der Kompetenzbereich und gleichzeitig natürlich auch das Finanzielle, was sicherlich auch ein wesentlicher Faktor sein soll. Hast du diese Perspektive bei dem jeweiligen Arbeitgeber? Wenn nicht, dann werden sich die meisten sicherlich schon umorientieren mit dem Titel dann zu einem anderen Arbeitgeber, wenn der Aktuelle das vielleicht nicht gewährleisten kann, anbieten kann, möchte oder du diese Perspektive dort eben nicht sehen solltest. Der zweite wichtige Punkt im Arbeitsalltag ist natürlich das Arbeitsklima. Man will so eine gewisse Wohlfühlatmosphäre haben, wenn man zur Arbeit geht. Dadurch, dass man eben auch so viel Zeit verbringt, sei es im Umgang mit den Kollegen, aber auch im Verhältnis zum Chef etc., ist es eben ganz besonders wichtig oder vielen ganz besonders wichtig, besser gesagt, dass man sich einigermaßen zumindest wohlfühlt, dass auch eine gewisse Art von Firmenkultur, also ein gewisser Standard in vielen Bereichen einfach vorherrscht. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, den viele als besonders wichtig erachten, wenn es darum geht, den Arbeitsplatz, den Arbeitgeber zu beurteilen bzw. die eigene Situation zu bewerten. Der nächste Punkt ist ganz besonders wichtig, vielleicht sogar für die meisten der wichtigste Punkt und zwar das Thema der Anerkennung. Wenn du auch in der Situation bist, gib gerne mal eine Rückinfo dazu, ob es bei dir der Fall ist, dass du genug Anerkennung bekommst, respektive du dir vielleicht mehr Anerkennung wünschen würdest. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man in den Himmel gelobt wird, aber bei vielen kommt es einfach zu kurz. Die tägliche Arbeit wird häufig eben als selbstverständlich wahrgenommen, anstatt dass man für gewisse Tätigkeiten, auch gerade die man zusätzlich vielleicht übernimmt, vielleicht auch mal einen Lob bekommt, Anerkennung bekommt für die geleisteten Tätigkeiten, ob in qualitativer Hinsicht, auch in quantitativer Hinsicht, gerade auf dem Grade, auf dem man sich befindet, wo man noch nicht Steuerberater ist, wird viel Arbeit eben auch nach unten verlagert. Und da ist es eben für viele auch ganz besonders wichtig, dass man für die geleistete Arbeit eben auch eine gewisse Wertschätzung erhält. Und dementsprechend ist das ein Punkt, vielleicht falls du auch als Arbeitgeber zuhören solltest, der besonders wichtig ist bei den Nachwuchskräften und der eben häufig zu kurz kommt. Und meistens tut es ja gar nicht weh aus Arbeitgebersicht, gewisse Kriterien dort einzuführen, wo man eben auch eine gewisse Anerkennung den Arbeitnehmern geben kann. Der nächste Punkt ist so ein Stück weit, dass man sich einen digitalen, modernen Arbeitgeber wünscht. Was meine ich damit konkret? Das geht natürlich los bei der Möglichkeit, dass man eben auch im Homeoffice arbeiten kann. Das ist nicht zuletzt seit Corona natürlich ein wesentliches Thema, aber es geht eben auch um zum Beispiel digitale Prozesse, digitale Abläufe. Hat man nur Papierkram, muss man alles von A nach B transportieren. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Zusammenarbeit mit dem Mandanten-ETC. Oder arbeitet man schon quasi komplett papierlos, ist ja mittlerweile quasi schon möglich, dass man eben alles digital gestalten kann, eben papierlos arbeiten kann, alles zur Verfügung hat, entsprechend eben auch ortsungebunden ist beispielsweise, aber eben auch die Prozesse digital funktionieren. Der nächste Punkt ist auch wichtig und zwar Thema der Verantwortungsübernahme. Wenn du jetzt in der Prüfungsvorbereitung dich befinden solltest, dann ist es so, dass du ja nicht die Prüfung machst und auf einmal jobtechnisch Arbeitnehmer warst, der Standardtätigkeiten hatte und jetzt sollst du auf einmal in der Praxis die Rolle des Steuerberaters, der Steuerberaterin entsprechend ausüben beziehungsweise bekleiden. Du musst oder brauchst Projekte, wo du auch reinwachsen kannst. Diese Schuhe in der Praxis auch Steuerberater zu sein, das verfordert einfach so einen gewissen Lernprozess. Diese Verantwortungsübernahme, sei es eben in der Korrespondenz mit der Mandantschaft, das mal zu erlernen, wie man das Ganze führt, wie man das proaktiv eben auch gestaltet, aber eben auch zum Beispiel gegenüber dem Finanzamt etc. etc. Natürlich alles im Rahmen vom Zeichnungsrecht, aber dass man eben auch da anhand von Projekten, weil man eben gewisse Verantwortung übertragen bekommt, entsprechend wachsen kann, was natürlich auch für die Examsvorbereitung selbst, für die Prüfung von großer Bedeutung ist, weil natürlich das fachliche und persönliche Wachstum maßgeblich auch davon mit beeinflusst wird, was du entsprechend im Job für Möglichkeiten bekommst. Und deswegen ist das eben auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Daran anknüpfend auch die speziellen Aufgabenbereiche. Du willst dich sicherlich auch mal ausprobieren im Rahmen deiner Tätigkeit. Das heißt, du willst sicherlich nicht nur immer die gleichen Standardaufgaben machen, je nach Persönlichkeitstyp so ein Stück weit, aber du willst eben auch mal Aufgabenbereiche kennenlernen, die du vielleicht bisher noch gar nicht behandelt hast, um überhaupt vielleicht auch mal festzustellen, ob du letztendlich in einem anderen Tätigkeitsbereich vielleicht besonders begabt bist, eine Leidenschaft dafür entwickeln kannst, besonders viel Spaß hast bei der Tätigkeit und so ein bisschen auch rausfinden kannst, was kannst du wirklich gut, wofür brennst du auch inhaltlich. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wesentliches Kriterium, was bei vielen Arbeitgebern eben nicht unbedingt immer der Fall sein wird, dass man da diese Möglichkeiten bekommt. Und das ist aber eben ein Aspekt, der dir vielleicht auch besonders wichtig ist, um eben auch viele Sachen überhaupt kennenzulernen, auch einen Gesamteindruck von den Möglichkeiten zu bekommen, gerade wenn man dann Steuerberater mittelfristig oder demnächst hoffentlich an deiner Stelle sein kann oder sein wird. Der nächste Punkt betrifft das Thema der Förderung. Natürlich insbesondere, wenn wir jetzt über die Prüfungsvorbereitung sprechen, die Unterstützung bei der Examsvorbereitung in zeitlicher Hinsicht, in finanzieller Hinsicht, in vielleicht auch organisatorischer Hinsicht, dass man so ein Stück weit auch den Rücken freigehalten bekommt, sich auch parallel auf die Sachen konzentrieren kann. Die Kostenübernahme zum Teil auch stattfindet, da gibt es ja verschiedene Modelle, auch sehr, sehr unterschiedlich zwischen den einzelnen Arbeitgebern, wo man eben auch diese Kosten, ich sage mal, so verteilen kann, dass man selber ein bisschen in die Vorbereitung mit investiert, aber der Arbeitgeber eben auch diese großen Volumina mit stemmen kann, damit man sich eben auch optimal auf das Examen vorbereiten kann. Aber es geht natürlich auch um andere Aspekte, dass man vielleicht mal, wenn einem das zum Beispiel liegt oder man Interesse daran hat, besondere Fortbildungsmaßnahmen gestellt bekommt. Wie gesagt, gar nicht jetzt fachlich bezogen, sondern zum Beispiel auch im Bereich der Digitalisierung, dass man gewisse Projekte mit übernehmen kann oder vorantreiben kann in der Firma beim Arbeitgeber, weil man sagt, ich habe da ja Spaß dran, vielleicht auch Prozesse zu optimieren, zu digitalisieren, dass man eben auch da Förderungsmöglichkeiten bekommt, die sich gar nicht nur auf die fachliche Weiterbildung beziehen. Und das ist eben auch ein Zusammenspiel, wo man eben dann wachsen kann, wo man Leidenschaft für entwickeln kann, was jetzt gar nicht unbedingt mit dem Steuerberaterexamen selbst und der fachlichen Ausbildung zu tun haben muss. Und der letzte Punkt, ganz klar, man möchte Steuerberater werden. Wenn du eine entsprechende Nachwuchskraft bist, die diesen Weg eingeschlagen hat, dann willst du dieses Ziel auch unbedingt erreichen. Beispielsweise, weil du sagst, diesen Titel möchte ich beruflich für meine Karriere erringen oder du willst es dir selber beweisen, deiner Familie beweisen. Du möchtest Karriere machen, vielleicht mehr Geld verdienen, zeitlich, finanziell eben unabhängig werden. Und das sind alles Aspekte, die du anstrebst und die der Arbeitgeber eben auch sehen muss, was für Ambitionen du bzw. der Nachwuchs insgesamt verfolgen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du eben viele Punkte, die dir persönlich auch wichtig sind, die wir heute durchgegangen sind, gestellt bekommst, zur Verfügung bekommst und da eben auch natürlich unter dem Prinzip fördern und ja auch dann entsprechend gefordert werden und das dann eben auch zurückzahlen kannst, um letztendlich dem Arbeitgeber eine wertvolle Arbeitskraft zu sein. Du aber eben auch die Rahmenbedingungen bekommst, dass du dich wohlfühlst, weiterentwickeln kannst und eben auch viel Spaß und Freude bei der Tätigkeit entwickeln kannst und dadurch natürlich alle Beteiligten profitieren. Ob es der Arbeitgeber ist, du selber, die Mandantschaft, die Kollegen etc., wenn man Spaß dabei hat, wenn man Freude hat, wenn man gut ist in etwas und da eben mit einer gewissen Freude die Tätigkeit absolviert, dann kommen eben all diese Personen sicherlich oder profitieren davon. Und deswegen wünsche ich dir natürlich auch einen Arbeitgeber, der dir genau diese Rahmenbedingungen bietet, die dir persönlich wichtig sind. Ansonsten waren das meine Punkte. Falls du, wie gesagt, noch weitere Punkte haben solltest, freue ich mich, wenn du da deine Aspekte in die Kommentare oder in den Kommentaren hinterlassen solltest. Wenn du sagst, im Rahmen deiner Prüfungsvorbereitung bist du gerade und brauchst eben Unterstützung, um dieses Ziel Steuerberater überhaupt erreichen zu können, dann sind wir natürlich dein Ansprechpartner, egal ob es das Organisatorische ist, das Strategische, die fachlichen Aspekte, die Stoffvermittlung etc. Melde dich gerne zum kostenlosen Erstgespräch an, dann können wir schauen, inwieweit wir dich auch individuell bei deiner Prüfungsvorbereitung erfolgreich unterstützen können. Und ansonsten freue ich mich, dass du wieder bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Mallo.